Von der menschlichen Form aus können sie sogar die himmlische Form annehmen und eine der höchsten himmlischen Wesen werden, Devas. Und wenn sie absteigen, dann können sie sogar im schlimmsten, meistgehassten Ort überhaupt enden. Man kann ausschließlich in der menschlichen Form Karma binden. Keine andere Lebensform bindet Karma. In anderen Lebensformen erfährt man nur die Folgen des Karmas. In der menschlichen Form verursacht man neues Karma und erfährt außerdem die Folgen des vergangenen Karmas. Man tut beides. Und deshalb ist es für einen Menschen möglich, jede der vier Hauptlebensformen anzunehmen. Das sind die himmlische, die menschliche, die tierische und die in der Hölle. Die Kühe und alle anderen Tiere, die wir sehen, und auch die himmlischen Wesen erleben lediglich die Folgen des Karmas. Sie binden kein Karma. Aber die Menschen schaffen meistenteils kein gutes Karma. Im gegenwärtigen Zeitzyklus, der durch Schlechtigkeit und Verzweiflung geprägt ist, herrscht allgemein negatives Karma vor. Also wird hier neues Karma gebunden? Es wird Tag und Nacht gebunden. Man bindet ständig Neues und erfährt Altes. Gibt es irgendwo ein besseres Leben als hier? Nirgendwo. Es ist so. Besser geht's nicht. Von hier aus kann man sich in zwei Richtungen weiterentwickeln. Wenn du hier Verbindlichkeiten, Schulden hast, also negatives Karma gebunden hast, musst du ins Tierreich gehen, um die Verbindlichkeit einzulösen, die Schuld zu begleichen. Ist deine Verbindlichkeit, deine Schuld riesengroß, wirst du in der Hölle wiedergeboren und musst sie dort begleichen, bevor du zur menschlichen Form zurückkehrst. Wenn du hier gutes Karma erschaffst, wirst du ein höher stehendes menschliches Wesen werden und ein vollkommen glückliches Leben haben. Wenn das vorbei ist, wirst du entweder denselben Status erreichen oder eine himmlische Form annehmen, wo du die Früchte deines Verdienstes genießen wirst. Sind deine Guthaben aufgebraucht, nimmst du erneut die menschliche Form an. Ist die Lebensspanne eines Menschen länger als die der anderen Lebensformen? Nein, keinesfalls. Die himmlischen Wesen haben eine Lebensspanne von hunderttausend Jahren. Ist es so, dass man zuerst all sein Karma beenden muss, bevor man die Chance erhält, ein himmlisches Wesen zu werden? Nein, so ist das nicht. Wenn jemand ein Übermensch ist, dann wird er definitiv ein himmlisches Wesen werden. Ein Übermensch ist jemand, der anderen Glück schenkt, statt sein eigenes Glück zu genießen. Solche Menschen erreichen die himmlische Ebene. Wie kann man andere glücklich machen, wenn man selbst nicht glücklich ist? Das ist der Grund, warum du es nicht tun kannst. Es gibt einige wenige Menschen, aber die sind äußerst rar gesät. In vergangenen Zeitaltern erreichten vier bis fünf Prozent der menschlichen Bevölkerung himmlische Ebenen. Im heutigen Zeitalter gehen zwei bis vier aus zehn Millionen dorthin. In diesem Zeitalter bist du weise, wenn du andere nicht unglücklich machst. Wenn du andere nicht unglücklich machst, wirst du als Mensch wieder geboren. In eine reiche Familie mit allem materiellem Komfort. Hier beginnt man erneut, durch Betrügen und Stehlen Karma zu binden und sich einer tierischen Lebensform würdig zu erweisen. Welches Gesetz regiert dann also diesen Kreislauf? Derjenige, der für niedrige Lebensformen bestimmt ist, wird für seine schlechten Taten nicht zur Rechenschaft gezogen. Aber der Mensch, der für höhere Lebensformen vorgesehen ist, wird für das kleinste Vergehen festgenommen. Auf diese Art und Weise wird er sofort gestoppt und sein künftiges Leben verändert sich, bevor er auf den falschen Weg gerät. Wen unterstützt die Natur? Die Natur sorgt dafür, dass schweres Karma schwerer und leichtes Karma leichter wird. Die leichteren steigen in eine höhere Lebensform auf und die schwereren steigen zu niederen Lebensformen ab. Das ist das Naturgesetz. Derjenige, der zuvor noch nie gestohlen hat, wird erwischt, sobald er zum ersten Mal stiehlt, während der notorische Dieb nie gefasst wird, weil sein Karma schwer wiegt. Nur Menschen binden Karma Gibt es außer der menschlichen Lebensform andere, in denen weniger Karma gebunden wird? In anderen Lebensformen wird kein Karma gebunden. Nur hier im menschlichen Leben wird Karma gebunden. Darüber hinaus stellt man sich an Orten, wo kein Karma aufgeladen wird, die Frage, warum befinden wir uns in diesem Gefängnis? Ein Ort, wo man Karma aufladen kann, bedeutet eigentlich Freiheit, weil man eine Wahl hat. Die anderen drei Ebenen sind alles Gefängnisse, weil man keine Wahl hat. Karma wird nur in der menschlichen Form aufgeladen, das Gute inbegriffen? Sowohl gutes als auch schlechtes Karma wird hier aufgeladen. Die Menschen binden Karma. Wenn sie anderen Leid oder Kummer bringen, nehmen sie die tierische Form an, oder es wartet ein Leben in der Hölle. Wenn ihr Karma anderen Glück bringt, dann werden sie ins menschliche Leben zurückkehren oder auf die himmlische Ebene gehen. Die Ebene des Lebens hängt also vom gebundenen Karma ab. Sobald die Ebene feststeht, muss man sie durchleben, die Folgen tragen und zur menschlichen Gestalt zurückkehren. Nur Menschen haben das Recht, Karma zu binden, sonst niemand. Diejenigen, die das Recht haben, müssen durch alle vier Lebensformen wandern. Wenn sie überhaupt kein Karma erschaffen, nicht einen kleinsten Teil von verursachendem Karma, sind sie von diesem Kreislauf befreit. Man kann nur in der menschlichen Form Befreiung erlangen. Es gibt keinen anderen Ort, von dem aus man Befreiung erlangen könnte. Hast du jemals jemanden gesehen, der kein Karma erschafft? Nein, habe ich nicht. All diese Tiere, die du siehst, sie alle essen, trinken und kämpfen und trotzdem binden sie kein Karma. Genauso ist es für einen Menschen möglich, in seinem Leben keinerlei Karma zu binden. Das passiert, wenn er nicht der Handelnde des Karmas ist und als Leidender des vergangenen Karmas verbleibt. Wenn die Menschen zu mir kommen und das Wissen der Selbstrealisation erlangen, werden sie davon befreit, Handelnde von Karma zu sein. Danach bleibt lediglich die Erfahrung des zuvor geschaffenen Karmas. Das Ego ist der Handelnde von Karma. Der Ausgleich von 8 Leben Wenn ein Lebewesen eine Lebensform annimmt, in der es kein Karma bindet, sondern nur die Folgen des sich entladenen Karmas erfährt, wie erlangt dieses Lebewesen das nächste Leben? Das ist ein weites Feld. Wenn ein Mensch von hier geht, reinkarniert er vielleicht als Kuh und erlebt das Leben einer Kuh, danach mag er als Ziege wiedergeboren werden. Es ist nicht genau festgelegt, ob er eine Ziege werden wird. Es kann alles sein, abhängig von seinen Konten. Es hängt von den Ursachen ab. Er kann sogar als Esel wiedergeboren werden. Wenn er dann 200 Jahre oder so umhergewandert ist und seine Karmaschulden abgetragen hat, wird er wieder in die menschliche Gestalt geboren. Überall sonst, außer auf der menschlichen Ebene, wird man von einer Lebensform zur anderen ohne verursachendes Karma getragen. Der Prozess, innerhalb dessen man verschiedene Lebensformen annimmt, ist abhängig von den Ursachen, die man in der menschlichen Lebensform geschaffen hat. Das Entladen mag in einer Vielzahl anderer Lebensformen geschehen. Es ist nicht notwendig, zur menschlichen Ebene zurückzukehren, weil alles Karma erfahren wird. Diese Ursachen existieren in Formen von Schichten. In jeder aufeinanderfolgenden Lebensform wird eine Schicht, eine Wirkung abgelegt. Wenn alle Schichten weg und acht Leben vollendet sind, dann kehrt man zur menschlichen Form zurück. Es braucht maximal acht Leben, in denen man in anderen Lebensformen umherwandert, bevor man zum menschlichen Leben zurückkehren kann. Das ist das Gesetz der Natur. Das Guthaben-Karma, der menschlichen Form würdig zu sein, bleibt, wo immer man hingeht, selbst wenn man die himmlische Form annimmt. Wegen dieses Guthabens wird man fähig sein, zur menschlichen Form zurückzukehren. Lassen wir dieses Guthaben beiseite, wird alles andere Karma durch Erfahrung entladen. Wie funktioniert das Leben, nachdem man zur menschlichen Form zurückgekehrt ist? Funktioniert es aufgrund der Ursachen und Absichten des letzten menschlichen Lebens? Aufgrund welchen Karmas funktioniert das Leben dann? Man trägt einen Kontostand von menschlichem Karma mit sich. Das Guthaben ist da, aber wenn eine Schuld auftritt, also schlechtes Karma, dann musst du dich darum kümmern, bevor du wiederkommen kannst. Wenn jemand einen Kredit aufgenommen hat, muss er diesen vor der Wiederkehr erleben. Das Guthaben bleibt bei dir, und es wird nie aufgebraucht. Wann ist es aufgebraucht? Es ist aufgebraucht, wenn du nicht mehr der Handelnde bist. Nur dann kannst du befreit werden. Das Handelndersein wird immer bleiben, außer das Ego geht. Das Ego ist das Handelndersein. Solange Ego vorhanden ist, wirst du irgendwo Karma erfahren und dorthin zurückkehren, von wo du ausgegangen warst. Wenn man von anderen Lebensformen zur menschlichen Form zurückkehrt, als was wird man wiedergeboren? Wird man beispielsweise als Fischer oder als König wiedergeboren? Dein Leben fängt erneut auf dem Level an, auf dem du warst, als du die letzte menschliche Form hattest, um deine Schulden zu begleichen oder deine Verdienste zu genießen. Es ist so, als ob du nach Hause kommst, nachdem du alle notwendigen Einkäufe getätigt hast. In ähnlicher Weise ist das menschliche Leben das Zuhause. Du musst nach Hause kommen. Und wenn das Ego zu einem Ende kommt, musst du noch nicht einmal in dieser Welt bleiben. Befreiung geschieht, wenn das Ego aufhört. Das Ego wird in keiner anderen Lebensform gebraucht. Um die Wirkung des Karmas zu erfahren, wird das Ego nicht gebraucht. Und somit wird kein Karma gebunden. Die Kühe und Ochsen haben kein Ego. Ein Pferd mag aussehen, als hätte es ein Ego. Aber es ist das Ego, das entladen wird. Es ist kein echtes Ego. Du bist aufgrund von Ego hier. Wenn es gegangen ist, wirst du befreit sein. Der Rückfahrtschein aus dem Tierreich Du sagst, dass man die Früchte seines Karmas erntet. Können diese Tiere demnach in die menschliche Form zurückkehren? Sie sind es, die hierher kommen. Sie sind diejenigen, die jetzt hier sind. Ihre Anzahl ist gestiegen. Und sie sind die, die in skrupellose Geschäfte verwickelt sind. Welches gute Karma haben diese Tiere erschaffen, dass sie in der menschlichen Form wiedergeboren wurden? Sie müssen kein gutes Karma erschaffen. Lass mich dir das erklären. Ein Mann verschuldet sich und ist bankrott. Die Leute sagen, er ist ruiniert. Würden Sie auch dann das noch sagen, dass er ruiniert sei, wenn er seine Schulden bezahlt hat? Nein, dann nicht mehr. Genauso kannst du von hier die tierische Form annehmen, um deine Schulden zu begleichen und wiederkommen oder zur himmlischen Ebene gehen, um deine Guthaben aufzubrauchen und wiederkommen. Eine Reservierung für niedere Lebensformen Wann kann man sagen, dass ein Mensch nur in tierischer Gestalt wiedergeboren wird? Es wird aus all seinen Eigenschaften und Qualitäten ersichtlich. Er wird gemeine, Gedanken haben, Gedanken, wie er andere betrügen und berauben kann. Zum Zeitpunkt seines Todes wird er entmenscht aussehen. Wenn wir den Samen einer Mango säen, bekommen wir einen Mangobaum. Gilt das auch für die Menschen? Werden Menschen im nächsten Leben Menschen sein? Ja. Zurück in die menschliche Form bedeutet, auf einer Entbindungsstation wirst du keine Frauen finden, die Welpen gebären, oder? Verstehst du das? Wenn jemand tugendhaft ist und gute Gedanken hat, wird er in der Tat zur menschlichen Form zurückkehren. Wenn er die Dinge, die ihm zustehen, an andere weitergibt, statt sie zu genießen, dann ist er ein Übermensch und wird die himmlische Form annehmen. Es ist nichts falsch daran, mit seiner eigenen Frau Spaß zu haben, weil man mit ihr verheiratet ist. Ein Mensch darf kein Vergnügen aus etwas ziehen, das ihm nicht zusteht. Selbst Gedanken über solche Dinge an sich sind ein Indikator dafür, dass man das nächste Leben in der tierischen Form zubringen wird. Das ist das Visum dafür. Das Gesetz von Karma ist derart, dass ein Mensch die Früchte seines Karmas in einem Menschenleben erfahren muss. Nein, die Wirkung des vergangenen Karmas muss hier und nur hier erfahren werden. Gedanken, die aus der inneren Absicht entstehen, anderen ihre Würde zu rauben, sie zu bestehlen, sie zu betrügen oder negative Entscheidungen andere zu verletzen und sie zu berauben, werden einen in eine andere Lebensform bringen. Das Karma, das im vergangenen Leben als Ursache kreiert wurde, muss einzig hier erfahren werden. Die Auswirkung scheußlichen Verhaltens wird hier erfahren werden. Wie wird man das erfahren? Die Erfahrung wird in Form einer öffentlichen Beleidigung oder Kritik gemacht. Diese Wirkung ist die, die der Wirkung, die Auswirkung. Die Ursachen, die durch schlechte Gedanken und Intentionen geschaffen wurden, um anderen Schaden zuzufügen, werden die Menschen ins Tierreich bringen. Wer ist hier der Leidende? Gute Taten binden positives Karma und schlechte Taten binden negatives Karma. Wer erfährt die Früchte dieses positiven oder negativen Karmas, das geschaffen wird? Ist es der Körper oder die Seele? Der Handelnde des positiven oder negativen Karmas erfährt sie. Das Ego bindet das Karma und das Ego erfährt die Früchte des Karmas. Weder der Körper noch das Selbst, die Seele, erfahren sie. Das Ego ist der Handelnde und der Leidende. Wenn das Ego mit dem Körper identifiziert ist, ich bin Chandulal, dann ist das Leiden nur das Leiden des Egos. Wenn das Ego ohne Körper ist, ich bin reine Seele, Schuttatma, auch dann ist das Leiden nur das Leiden des Egos, sich entladendes Ego. Gibt es so etwas wie Himmel oder Hölle nach dem Tod? Nach dem Tod gibt es sowohl Himmel als auch Hölle. Wenn es also schlechtes Karma gibt, wer geht zur Hölle? Geht das Selbst dorthin? Der Körper und die Seele sind immer zusammen. Wenn wir sterben, wird dann nicht der Körper abgelegt? Es wird dann ein neuer Körper geformt. Der Körper für die Hölle wird separat geschaffen. In der Hölle ist der Körper wie Quecksilber. Ist es der Körper, der Karma erfährt oder ist es das Selbst? Es ist das Ego. Derjenige, der das Karma für die Hölle erschaffen hat, erfährt es. Welche Art von Karma hat Hitler gebunden? Warum hat Hitler, der so viele unschuldige Menschen umgebracht hat, nicht die Frucht seines Karmas erhalten? Wie kamen all die Menschen, die wegen ihm gelitten haben, in solch einer Weise zusammen? Wie kam all das zustande? War es eine Wirkung? Ja. Im nächsten Leben wird die Wirkung für ihn die Höllenebene sein. Warum? Die Schriften haben gesagt, dass jene, die hier gestorben sind und die von der Welt als eindeutig gewalttätig und schändlich angesehen werden, zur Hölle fahren oder die tierische Form annehmen werden. Jene, die die Welt respektiert und ehrt werden in die himmlischen Ebenen aufsteigen oder als Menschen wiedergeboren. Die kollektive karmische Wirkung Welche Kraft steckt hinter diesen Erdbeben und Vulkanausbrüchen? Die sich bedingenden Umstände die sich bedingenden Umstände machen alles. All die Umstände müssen vorhanden sein. Alle Umstände müssen bereit sein. Gibt es auch nur die kleinste Unstimmigkeit in einem dieser Umstände, wird sich nichts manifestieren. Diese Wirbelstürme sind auch sich bedingende Umstände? Was sonst produziert die Wirbelstürme über Bombay? Viele sind sich dessen nicht bewusst, weil es sie nicht betrifft. Obwohl der Wirbelsturm alle in Bombay trifft, wirkt er sich unterschiedlich auf die Menschen aus. Einige Häuser werden weggerissen, während bei anderen selbst die Fußmatte unberührt bleibt. Alles passiert sehr systematisch und präzise. Es gibt keinen Grund, sich vor Wirbelstürmen zu fürchten. Alles wird von den sich bedingenden Umständen geschickt. Passieren all diese Erdbeben, Wirbelstürme und Kriege nicht aufgrund des Gesetzes von Aufbau und Zerstörung, Zunahme und Abnahme? Nein, sie sind alle vom Timing der karmischen Wirkung abhängig. Jeder erfährt die Konsequenzen seines Karmas. Erdbeben passieren auch dann, wenn die Weltbevölkerung anwächst. Wenn es auf fortgeschrittener Zerstörung basieren würde, würde es dann geschehen? Ist es das Timing für die Einzelnen, die es zu erleiden haben? Es beinhaltet jeden, Menschen, Tiere, alles. Die Wirkung entfaltet sich kollektiv. Genau wie die Wirkung, die sich in Hiroshima und Nagasaki zeigte. Ist es genau so wie bei einem Einzelnen, der schlechte Dinge tut, dass wenn Taten gemeinsam verübt wurden, sie auch gemeinsam erlitten werden? Wenn nur eine Person stiehlt und zehn Menschen an dem Überfall beteiligt sind, bedeutet das dann, dass alle gemeinsam bestraft werden? Ja, die Strafe wird in ihrer Gesamtheit passieren, aber die Intensität ist davon abhängig, wie stark die innere Absicht des Einzelnen zu dem Zeitpunkt war. Vielleicht ist einer von ihnen gegen seinen Willen gezwungen worden, zu stehlen. Das Konto hängt von der Stärke der Absicht ab. Es ist sehr präzise. Sind diese Naturkatastrophen wie Wirbelstürme oder Vulkanausbrüche, die Tausende von Menschen töten, das Ergebnis einer kollektiven Bestrafung? Das ist das Konto jedes Einzelnen. Nur diejenigen mit einem noch offenen Konto sind betroffen, sonst niemand. Sagen wir mal, es gab ein Erdbeben in Bombay und einige Leute waren in einer anderen Stadt im Urlaub, während andere wiederum von außerhalb zu Besuch hier in Bombay waren. Dies sind alles Wirkungen von Konten. In der heutigen Zeit sterben viel mehr Menschen kollektiv als in vergangenen Zeiten. Vorher haben wir nie miterlebt, wie so viele Menschen kollektiv in so großen Mengen starben. Ist dies das Ergebnis von dem gemeinsam erschaffenen negativen Karma? In der Vergangenheit gab es nicht viele große Gruppen. In der heutigen Zeit arbeiten viele unter den einzelnen Flaggen, wie zum Beispiel dem Kommunismus, sodass alle Taten in Gruppen zusammengefasst sind. Sind somit die Dürreperioden, Überflutungen und Erdbeben, die Hunderte von Menschen umbringen, letztendlich das Ergebnis einer Gruppe? All dies ist ein Ergebnis der Ursachen einer Gruppe von Menschen. Wenn sie also Teil dieser Bestrafung sein sollen, werden sie an den Ort der Bestrafung gezogen, egal wo sie sind? Die Natur bringt sie hierher in das Gebiet des Erdbebens oder Wirbelsturms und bestraft sie. Ja, Dada, es gibt Beispiele von Menschen, die aus irgendeinem Grund das Flugzeug verpassen, während andere, die nicht fliegen sollen, sich an Bord eines Flugzeugs wiederfinden, das abstürzt. Das sind alles Konten. Methodische Gerechtigkeit. Es ist absolut präzise. Es gibt keinen Kopf über all dem. Wenn es einen gäbe, könnte Ungerechtigkeit geschehen. War der Flugzeug Absturz der Air India ein Instrument für all diese Menschen? Waren es die sich bedingenden Umstände? Wie er war's das? Nur ein Konto. Nichts passiert ohne ein Konto mit Soll und Haben. Eine gute Tat kann eine schlechte Tat nicht aufheben. Ist das Leiden ein Endergebnis von positivem und negativen Karma, das miteinander verrechnet wird? Nein. Es oder subtrahiert. Die Handlungen heben sich nicht gegenseitig auf. Dies ist von Anbeginn der Welt eine Regel gewesen. Die Menschen würden einen Vorteil daraus ziehen, wenn dies der Fall wäre. Die schlauen Menschen hätten am Ende 100 gute Taten und 10 schlechte und somit ein Guthaben von 90 guten Taten. Die Natur stellt sicher, dass beide gute und schlechte Taten erlebt werden. Dada, ist es wahr, dass jegliche Art von gemeinnütziger Arbeit, wie der Bau eines Krankenhauses, die Wirkung von anderem negativen Karma, das wir erschaffen haben, weniger intensiv ausfallen lässt? Nein, sie wird nicht reduziert. Auf dem Konto gibt es weder Subtraktion noch Addition. Für gute Taten wird neues Karma gebunden, aber man hat die Konsequenzen daraus zu ziehen, andere verletzt zu haben. Ansonsten würden all die geschäftstüchtigen Menschen das negative Karma abziehen und den Überschuss behalten. So ist es nicht. Das Naturgesetz ist exakt. Wenn du jemandem Schaden zugefügt hast, selbst wenn es nur einmal war, wirst du die Konsequenzen tragen müssen. Zwei schlechte Taten werden nicht von 100 guten Taten abgezogen. Beides muss separat erlitten werden. Sind somit die Früchte von positiven Karma und negativen Karma getrennt? Die Früchte von negativen Karma werden negativ sein und die Früchte von positiven Karma positiv. Nichts nimmt zu oder ab. Was für eine Art Gesetz herrscht in der Natur vor? Sagen wir, du erschaffst positives Karma im Wert von 100 Euro, indem du gemeinnützig gespendet hast. Gleichzeitig erschaffst du negatives Karma im Wert von 5 Euro, indem du jemanden beleidigt hast. Die 5 Euro werden auf der Soll-Seite verbucht, die gute Tat in Form der 100 Euro auf der Haben-Seite. Das Gesetz ist sehr präzise. Wenn das nicht so wäre, würden all die Geschäftsleute ständig Soll- und Haben berechnen und dafür sorgen, dass ihr Konto immer im Guthaben ist. Es gäbe niemals irgendein Unglücklichsein und somit würde niemand jemals Befreiung suchen, weil es nichts als gute Taten gäbe. Das Gesetz jedoch schreibt dir 100 Euro gut und leiht dir 5 Euro, welche nicht abgezogen werden. Du wirst das Guthaben erleben müssen, welches du angesammelt hast. Ein übertriebenes Guthaben wird übergroße Früchte hervorbringen, welche beschwerlich zu genießen sind. Nach einer Weile wirst du müde werden von diesem zu viel des Guten. Zu viel Guthaben wird beschwerlich und zu viel Schulden werden auch beschwerlich. Man wird müde von all dem Luxus und möchte zurück zur Einfachheit. Das liegt daran, dass jeglicher Komfort, erfahren wird, nicht real ist. Es ist nicht die Glückseligkeit des Selbst. Es ist eher ein eingebildetes und temporäres Glücksgefühl. Man wird niemals müde oder unzufrieden mit der andauernden Glückseligkeit der reinen Seele. Der Weg, sich von der Fessel des Karmas zu befreien. Wie können wir von Karma befreit werden, das in vergangenen Leben gebunden wurde? Wir haben eine Idee davon, dass wir aufgrund von gutem und schlechtem Karma aus unserem letzten Leben hier sind. Wie können wir eine Lösung für das Problem finden? Wenn dich jetzt jemand ärgert, solltest du verstehen, dass du ihm im vergangenen Leben etwas Schlechtes angetan hast und er jetzt den Gefallen zurückgibt. Du solltest also die Situation ruhig und friedlich auflösen. Da du jedoch nicht friedlich bleiben kannst, säest du am Ende neue Samen von Karma. Es gibt nur einen Weg, wie mit Karma aus dem vorherigen Leben umgegangen werden kann und das ist durch Frieden und Gleichmut. Du solltest nicht einen einzigen negativen Gedanken über andere Menschen haben. Du solltest einfach nur fühlen, dass du dein Konto erlebst und was auch immer die andere Person dir antun mag, es geschieht alles aufgrund deines eigenen Karmas. Du solltest verstehen, dass du wegen deiner eigenen schlechten Taten leidest. Nur dann gibt es Freiheit. Tatsächlich macht er dir das Leben wegen der sich entfaltenden Wirkung deines eigenen Karmas so schwer. Er ist nur das Instrument. All die Unruhestifter dieser Welt sind lediglich Instrumente. Sogar derjenige, der dir auf der Straße 100 Euro stiehlt, ist ein Instrument. Es ist dein eigenes Konto. Warum hast du den Preis verliehen bekommen und nicht jemand anderer? Die Wichtigkeit des Gebets während man Karma erleidet. Dada, was ich wissen möchte ist, ob die Wirkung von Karma durch Gebete verändert werden kann. Wirkungskarma besteht aus mehreren Teilen. Ein Aspekt ist so, dass er mit Gebeten beseitigt werden kann. Eine zweite Art kann mit ein wenig spiritueller Anstrengung eliminiert werden. Die dritte Art ist die, von der es kein Entkommen aus dem Leiden gibt, egal wie stark die spirituelle Anstrengung ist. Sie ist zu klebrig. Selbst wenn das Karma sehr klebrig ist, machen Gebete nicht einen Unterschied? Es macht keinen Unterschied, obwohl während des Betens etwas Frieden einkehren mag. Erhält man durch Beten die Stärke, die Früchte des Karmas zu ertragen? Nein. Dein Leid ist die Wirkung des Karmas. Mit dem Gebet kannst du etwas Glück in dem Leid erfahren. Aber es ist schwierig, in ständigem Gebet zu verbleiben. Wenn die Situation schlimm ist und der Verstand getrübt ist, ist es schwer, weiter zu beten. Wenn es möglich wäre, immer weiter zu beten, wäre das Ideal. Man sollte sich dabei auf Dada besinnen, der selbst von seinem Körper befreit ist und sich an ihn erinnern. Wenn du denjenigen ins Gedächtnis rufst, der nicht an seinem Körper anhaftet und dann das Gebet sagst, wird das Gebet bleiben, ansonsten nicht. Unter solch schwierigen Umständen fällt einem das Beten nicht ein. Es wird einem nicht einfallen. Das eigene Gewahrsein wird verschwinden und die Fähigkeit, sich zu erinnern, ist auch weg. Gelübde an himmlische Wesen, an Deva und Devis Bindet man Karma, indem man irgendeine Art von Gelübde gegenüber himmlischen Wesen macht? Natürlich wird Karma gebunden, wenn ein Gelübde ausgesprochen wird. Mit dem Gelübde bitten wir sie, etwas für uns zu tun. Sie mögen uns sogar gefällig sein, indem sie etwas tun. Wir geben ihnen etwas zurück. Deshalb binden wir Karma. Wenn man bei einem Heiligen lebt, kann man davon befreit werden, Karma zu binden? Es wird weniger Karma gebunden. Du wirst positives Karma binden und das verletzt dich nicht. Negatives Karma wird nicht gebunden. Gewahrsein, um das Binden von Karma zu verhindern. Was kann man tun, um das Erschaffen von Karma zu verhindern? Wenn du schlechte Gedanken hast oder Negativität erlebst, solltest du dies unmittelbar Gott beichten. Solange es ein Konto gibt, werden die Gedanken andauern. Beichte es einfach Gott, dass du negative Gedanken hattest. Bitte um Vergebung und schwöre, es nie wieder zu tun. Wenn jemand einen Mord begeht und dann vor Gott bereut, wie kann dieser Mensch von Karma befreit werden? Ja, er kann befreit werden. Wenn er jedoch Genugtuung nach dem Töten empfindet, wird er sehr schweres negatives Karma binden. Wenn er seine Taten bereut, wird er leichtes Karma binden. Egal was er tut, er bindet immer noch Karma? Es wird gebunden und dann aufgelöst. Der Mord, der passiert, ist tatsächlich Karma, das seine Wirkung entlädt, um aufgelöst zu werden. Wann genau wird Karma gebunden? Es wird in dem Moment gebunden, in dem der Gedanke in den Verstand eintritt, dass es in Ordnung ist, zu töten. In dem Moment wird neues Karma gebunden. Wenn er bereut, während sich das Karma entlädt, dann kann er den Konsequenzen der Wirkung entkommen. Töten wird schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. Der Mörder wird in Ungnade fallen und auch alle möglichen körperlichen Krankheiten erleiden. Die Wirkung der Wirkung. Alles muss hier, allein hier erlitten werden. Das neue Karma, das gebunden wird, wird nicht sehr klebrig sein, wenn er ehrlich bereut. Der Akt des Tötens ist eine karmische Wirkung und sie muss erlitten werden. Man muss die Frucht des Karmas akzeptieren, aber wenn die Reue aus ganzem Herzen kommt, dann wird das neue Karma leicht werden. Wenn jedoch mit Enthusiasmus getötet wird, dann wird das neu gebundene Karma sehr schwerwiegend sein. Ein Mann ist gezwungen, ein Reh zu töten, um seine Familie zu ernähren. Durch das Töten begeht er negatives Karma. Auf der anderen Seite geht ein Prinz aus sportlichen Gründen zur Jagd und freut sich, wenn es ihm gelingt, ein Reh zu töten. In beiden Situationen wurde ein Reh getötet. Einer tötet wegen der Nahrung und der andere aus Vergnügen. Der Mann, der Vernahrung getötet hat, wird von der menschlichen Form in die tierische Form übergehen. Der Prinz jedoch, der das Fleisch nicht isst, sondern aus sportlichem Vergnügen jagt, wird in die Hölle kommen. Das Karma war für beide gleich, aber ihre Absichten waren unterschiedlich. Die Menschen sind sich dieser Regel nicht bewusst. Deshalb brauchen sie jemanden wie mich, der sie ihnen erklärt. Bindet der Richter Karma, wenn er die Todesstrafe verhängt? Ein hochkarätiger Richter befand sich in dem Dilemma, wie er die Todesstrafe verhängen könne, nachdem er Gnan das Wissen über das Selbst erhalten hatte. Ich fragte ihn, was passieren würde, wenn er es nicht tun würde. Er sagte, dass er eine Sünde begehen würde, wenn er sie verhängen würde. Ich zeigte ihm einen Weg, mit diesem Dilemma umzugehen. Ich sagte ihm, dass er bereuen soll und Gott sagen solle, lieber Gott, was habe ich getan, um in der Position zu sein, jemandem gegenüber das Todesurteil aussprechen zu müssen. Bitte vergib mir. Er sollte ernsthaft Pratikraman machen und dann entsprechend der Gesetze des Landes seine Arbeit weiter ausführen. Wenn wir jemanden ernsthaft verletzen und dann Pratikraman machen, binden wir dann kein Karma? Du solltest weiterhin Pratikraman in seinem Namen machen. Die Menge an Pratikraman sollte gleich der Schmerzen sein, die du bei ihm verursacht hast. Alles, was du tun musst, ist Pratikraman. Du bist für nichts anderes verantwortlich. Wenn du für irgendeine deiner Handlungen Pratikraman machst, sind 75% der Wirkung dieser Handlung aufgelöst. Die restlichen 25% verbleiben wie ein Abbild eines verbrannten Seils. Im nächsten Leben wird es sich leicht auflösen. Jede Ursache hat eine Wirkung. Durch Pratikraman kann das Karma im nächsten Leben abgeschüttelt werden. Wird Karma durch Chanten, also Mantren singen und Buße gebunden oder aufgelöst? Wenn wir spirituelle Lieder singen oder Buße tun, binden wir dadurch Karma oder befreien wir uns davon? Karma wird gebunden. Karma wird überall gebunden. Sogar im Schlaf bindest du Karma. Wenn du spirituelle Lieder singst und Buße tust, bindest du viel positives Karma, wodurch im nächsten Leben du materielles Glück empfangen wirst. Wie stark ist die Wirkung von Religion, gute Taten, um uns von Karma zu befreien? Gute und schlechte Taten sind beides Auswirkungen von Karma. Sie halten dich in der Welt gebunden. Wenn du die Wissenschaft kennst, kann Karma unmittelbar zerstört werden. Mit Religion und Moral, Dharma genannt, wird positives Karma gebunden. Und ohne Religion und mit Unmoral, Adama genannt, wird negatives Karma gebunden. Mit dem Wissen über das reine Selbst wird jedoch Karma zerstört und zu Asche verbrannt. Wenn man beides, positives und negatives Karma entlädt, wie kann man es dann Religion und Moral, also Dharma, nennen? Durch Religion und Moral wird gutes Karma gebunden und durch fehlende Religion und Unmoral wird schlechtes Karma gebunden. Was würdest du tun, wenn dich jemand ohrfeigt? Würdest du ihn nicht auch ohrfeigen? Es ihm gleich doppelt zurückgeben? Der Mann hat dich geohrfeigt, weil sich dein Karma entlädt. Er ist einfach das Instrument. Akzeptiere es einfach als Rückzahlung deiner Schulden und verrechne es. Gib es nicht zurück. Wenn du diese Szene im nächsten Leben nicht wiederholen willst, gib es nicht zurück. Der Zustand des Handelnden und des Nicht Handelnden Ich glaube, dass du immer dann Karma bindest, wenn du etwas Falsches tust. Bindest du nicht auch für gute Taten Karma? Beide gute und schlechte Taten binden Karma, richtig? Du bindest genau jetzt in diesem Moment Karma. Im Augenblick bindest du sehr viel positives Karma. Es wird jedoch niemals einen Tag geben, an dem du überhaupt kein Karma bindest. Warum ist das so? Wir sind immer mit irgendeiner Art Aktivität beschäftigt, ob gut oder schlecht. Ja, aber sollte es nicht einen Weg geben, auf dem kein Karma gebunden wird? Wie hat Lord Mahavir es geschafft, sich selbst zu befreien, ohne Karma zu binden? Solange du diesen Körper hast, wirst du Karma binden. Musst du nicht bestimmte Aktivitäten ausführen, wie zum Beispiel zur Toilette gehen? Ja, die Früchte des Karmas, das gebunden wurde, müssen erlebt werden. Solange du Karma bindest, wird es immer eine nächste Geburt für dich geben. Wenn du Karma bindest, wirst du die Wirkung im nächsten Leben erfahren müssen. Aber beweist nicht die Tatsache, dass Lord Mahavir keine weitere Geburt erfahren musste, dass es trotz unserer täglichen Aktivitäten einen Weg geben muss, kein neues Karma zu binden? Es muss einen geben. Hast du dir jemals einen Zustand gewünscht, in dem kein neues Karma gebunden wird? Es gibt eine Wissenschaft, in der trotz täglicher Aktivitäten im Leben kein neues Karma gebunden wird. Wenn du diese Wissenschaft kennst, wirst du befreit sein. Unwissenheit ist das Hindernis, nicht Karma. Erhalten wir dieses Leben aufgrund der Früchte unseres Karmas? Ja, das gesamte Leben muss damit verbracht werden, die Früchte des vergangenen Karmas zu erfahren. Neues Karma wird durch Anhaftung und Abscheu erschaffen. Wenn du keine Anhaftung oder Abscheu hast, gibt es kein neues Karma. Es gibt kein Problem mit der karmischen Wirkung. Karma wird seine Wirkung entfalten, solange dieser Körper existiert. Das Problem liegt in Anhaftung und Abscheu. Die vollständig Erleuchteten sagten dir, du sollst dein Leben ohne Anhaftung und Abscheu leben. Was auch immer du in diesem Leben tust, es ist ohne Wert. Nur wenn Anhaftung und Abscheu passieren, wird neues Karma gebunden. Du bist nicht verantwortlich, wenn keinerlei Anhaftung oder Abscheu vorliegen. Dieser Körper ist von Geburt bis zum Tod eine Wirkung. Nur Anhaftung und Abscheu führen zu neuen Konten. Deshalb sagen uns die vollständig Erleuchteten die Vitaraks, ohne Anhaftung und Abscheu zu werden und Befreiung zu erlangen. Wenn mich jemand beleidigt, weiß ich, dass er A.M. Patel beleidigt. Er beleidigt diesen Körperkomplex. Er kann das selbst nicht verstehen oder erkennen. Ich, die reine Seele, verbleibe als Wissender und Sehender dieser Begebenheit. Ich bin Vitarak. Ich habe keinerlei Anhaftung oder Abscheu ihm gegenüber oder gegenüber irgendetwas auf der Welt. Endgültige Befreiung ist für mich greifbar nah. Die Botschaft der vollständigen Erleuchteten ist, dass nicht unser Karma unsere Befreiung behindert, sondern unsere Unwissenheit. Unwissenheit worüber? Die Unwissenheit über das Selbst. Solange es einen Körper gibt, wird sich Karma entfalten, aber wenn die Unwissenheit vorbei ist, wird das Binden von neuem Karma gestoppt. Wann wird Karma entladen? Wann hört Karma auf? Dann, wenn du die Erfahrung machst, ich bin reines Selbst. Wenn du reines Selbst wirst, hörst du auf, Karma zu binden. Die Entladung des Karmas wird zu lange weiter gehen, bis es vollständig aufgebraucht ist. Wie können wir also das Binden von Karma stoppen? Sobald du in den natürlichen Zustand des Selbst kommst, wird kein neues Karma gebunden. Dies geschieht, wenn du durch den Gnanipur Usch dir deines eigenen reinen Selbst bewusst wirst. Danach wird kein neues Karma mehr gebunden. Altes Karma wird sich weiterhin entladen. Wenn alles Karma entladen ist, wirst du die endgültige Befreiung erreichen. Verstehst du jetzt Karma? Wann immer du zum Handelnden wirst, bindest du Karma, aber sobald du frei davon bist, der Handelnde zu sein, hörst du auf, neues Karma zu binden. Wenn ich dich davon befreie, der Handelnde zu sein, wirst du aufhören, neues Karma zu binden. Nur die Wirkung des alten Karmas bleibt übrig. Dieses wirst du erleben müssen. Wenn alle Wirkungen komplett erlebt worden sind, wirst du endgültige Befreiung erfahren. Che Satchidanand Instrument um unsere Fehler zu bereinigen Pratikraman 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 Alle natürlichen und spontanen Handlungen, die in unserem weltlichen Leben auftreten, nennt man Kraman. Solange sie natürlich und spontan passieren, ist es Kraman. Aber wenn eine Handlung exzessiv und verletzend wird, ist es Pratikraman Das Verletzen von anderen Lebewesen durch Gedanken, Sprache und Handlung. Für jedes Pratikraman, das auftritt, muss man ausnahmslos Pratikraman machen, wenn man frei werden möchte. Es wird nur bereinigt werden, wenn es abgewaschen wird. Wenn man in seinem vergangenen Leben die Absicht, ich will diesen Mann schlagen, geschaffen hat, und wenn sich diese Absicht in diesem Leben materialisiert, wird es damit enden, dass man jemanden schlägt. Das ist Kraman und dafür muss man Pratikraman machen. Erinnere dich an die reine Seele im Innern dieser Person und bitte um Vergebung. Jedes negative Verhalten ist Kraman, das Verletzen von anderen Lebewesen durch Gedanken, Sprache und Handlung. Jedes negative Verhalten ist ein Fleck, ein sogenannter karmischer Fleck, der sich in deinem Verstand festbeißen wird. Um dies loszuwerden, musst du Pratikraman machen, der Prozess des Abrufens, Bereuens und der Bitte nach Vergebung mit der Bekundung, diesen Akt der Aggression durch Gedankensprache oder Handlung nicht zu wiederholen. Durch dein Pratikraman wird die andere Person ihre Absicht und Einstellung dir gegenüber ändern. Du wirst nicht nur deine eigene Absicht verbessern, es wird auch die Absicht und Einstellung der anderen Person positiv beeinflussen. Pratikraman hat so viel Kraft, dass sogar Tiger sich in Hunde verwandeln, sie werden zahm. Wann ist Pratikraman sinnvoll? Es ist nur sinnvoll als Folge von negativen Ergebnissen oder Wirkungen. Das exakte Verstehen von Pratikraman Was ist Pratikraman? Es ist der Prozess des Abrufens, Bereuens und dem Bitten um Vergebung mit der Bekundung, diesen Akt der Aggression durch Gedanken, Sprache oder Handlung nicht zu wiederholen. Wenn dich eine Person beleidigt, solltest du verstehen, wer der wahre Schuldige hinter der Beleidigung ist. Ist es derjenige, der beleidigt? Oder ist es derjenige, der sich beleidigt fühlt? Das sollte als erstes festgestellt werden. Du solltest verstehen, dass die Person, die dich beleidigt, keinerlei Schuld trägt. Sie ist lediglich ein Instrument, ein Nimit in diesem Prozess. Und es geschieht durch das Entfalten deines eigenen Karmas, dass ihr beide zusammengebracht wurdet. Dieser Fehler ist dein eigener und du solltest Pratikraman machen, wenn noch irgendwelche negativen Gefühle gegenüber dieser Person auftauchen. Wenn du das Gefühl hast, diese Person sei wertlos oder hinterlistig, musst du Pratikraman machen. Wenn dich irgendjemand beleidigt, ergibt sich das aus deinem eigenen karmischen Konto und du solltest die andere Person als ein Werkzeug in diesem Prozess sehen. Sogar wenn dein Geldbeutel gestohlen wird, ist der Taschendieb ein Werkzeug, der dein eigenes karmisches Konto ausgleicht. Im Allgemeinen beschuldigen die Menschen das Werkzeug. Und das ist die Ursache aller Konflikte. Wenn du in deinen täglichen weltlichen Interaktionen etwas tust, wirst du wissen, dass du etwas Falsches gegenüber der einen oder anderen Person getan hast. Nicht wahr? Die weltlichen Interaktionen, die du ausführst, sind Kraman. Kraman bedeutet weltliche Interaktion. Wenn du jetzt ein Missverständnis mit jemandem hast, wirst du bemerken, dass du barsche Worte gegenüber der anderen Person benutzt oder dass du dich ihr falsch gegenüber verhältst. Wirst du das nicht erkennen? All das nennt man Atikraman. Atikraman bedeutet, in die falsche Richtung zu gehen. Und die gleiche Distanz zurück, in die richtige Richtung zu gehen, ist Pratikraman. Das korrekte und präzise Verfahren von Pratikraman Was macht man im Pratikraman? Du musst dich an die reine Seele im Innern von Chandulal erinnern. Die Person, die du falsch behandelt hast. Die Seele, die komplett getrennt ist von Verstand, Sprache und Körper, aufgeladenem Karma, subtilem sich entladenem Karma, groben sich entladenem Karma und an alle Anhaftungen bezüglich seiner Person und dann Folgendes sagen. Wenn du Dada oder die reine Seele anrufst und deinen Fehler eingestehst, nennt man das Allojana. Pratikraman ist die Entschuldigung für den Fehler und die Entschlossenheit, es nicht zu wiederholen, ist Pratyakyan. Wenn du einem Lebewesen Leid zufügst oder es verletzt, betrachtet man das als Atikraman und dafür musst du sofort Allojana, Pratikraman und Pratyakyan machen. Pratikraman Vidi Prozess der göttlichen Entschuldigung Beachte Du bist reine Seele und das Pratikraman muss von Chandu Bai Akte Pfeil Nummer 1 gemacht werden, welcher die Fehler verübt hat. Du wirst Akte Nummer 1 bitten, Pratikraman zu tun. Das ist ein Prozess in drei Teilen. Für alle Details und Klarstellungen lies bitte das Buch Pratikraman von Dada Sri. 1. 3. 5. 7. Praktische Anweisung In der lebendigen Anwesenheit und Dada Bhagwan als Zeugen, O reine Seele, die völlig getrennt ist von Verstand, Sprache und Körper, aufgeladenem Karma, subtilem, sich entladenem Karma, groben, sich entladenen Karma, von der Person und hier setzt du den Namen der Person ein, die von dir verletzt wurde. 1. Schritt Alhojana Ich bekenne meine Fehler. Rufe die Fehler in Erinnerung, die du an dieser Person verübt hast. 2. Schritt Pratikraman Ich entschuldige mich und bitte um Vergebung für diese Fehler. 3. Pratyakyan Ich entschließe mich verpflichtend, diese Fehler niemals zu wiederholen. Verehrter Dada Bhagwan, gewähre mir die absolute Energie, diese Fehler niemals zu wiederholen. Czei Satchitanand Namo, 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 Amen. Amen. Amen.